Jo, liebe Leute, eine neue Woche, eine neue Folge. Herzlich willkommen zurück zu GRID und es geht weiter heute mit dem Klassik Touring Cup in Silverstone. Jo, auf geht's, liebe Leute. Wir haben mal bald die allererste Liste von insgesamt, ich glaube 8 oder 9 sind es glaube ich insgesamt, also die haben echt so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt für ein Auto fahren. Mal gucken, ob unser Teamkollege überhaupt steht. Volvo wäre ja gar nicht mal so schlicht, aber es ist ein Alfa Romeo auf jeden Fall. Sehe ich gerade zumindest mal so, überall die Liste. Na dann, auf geht's, wieder 14 von der Teamkollege auf 12 vor uns und das spricht im englischen Regen eine Menge Spannung, um dieses Lernier zu gewinnen. Übrigens, schon vier Runden hatten. Also, die Folge hat doch ein bisschen was länger. Ich dachte, okay, es ist nicht mehr so, dass wir so zwei Runden rennen, aber dazu wird doch ein bisschen mehr werden. Die Sonne macht mich auch ein bisschen so schaffe, ich sehe, halt schwierig, gerade bei dem Rennen. Es gibt keine Rivalen in diesem Event. Okay, das ist gut zu wissen, dass wir können alle genau alles in die Wand sägen sitzen. Okay. Ich habe mich jetzt ein bisschen noch vorne, also mittlerweile schon noch 4-7. Der möchte uns auch nicht vorbeilassen, der bremst es doch schön weg die ganze Zeit. Ach, komm schon, ey. Ach Gott. So, jetzt haben wir so eine Ruhe, als man so das futtert und geht es vor... Nee, noch nicht. So was soll das jetzt etwas längere Runde? Die Folge geht tatsächlich. Das wird auch wie die anderen, was weiß ich das alles. Nee, ist das Runde 2? Okay, dann habe ich es doch richtig gesehen. So, greifen wir mal hier den Alpha mit weg und damit gehen wir in Führung. H changed den Иèm single'll. Ja, halt wahrscheinlich. Okay. So was 걸� photo, ich Martin. So was mich jetzt irgendwie... Du bist bei Frankrike. Und was? Okay, ich bin sicher. So, ab in die vorletzte Runde heute. Das war die Hälfte des Rheins. Nee. Das wird damals auch nicht unbedingt einfacher. Das war die Hälfte des Rheins. Das war die Hälfte des Rheins. Letzte Runde, liebe Leute. Letzte Runde, verteidige deine Führung. Da ist nicht viel zu verteidigen, also jetzt groß. So, und ab in die letzte Kurve in diesem Rennen und das war für heute und dann sind wir durch mit allem. Ja, es bietet sich halt momentan einfach nur an, kurz folgen zu machen. Hier ist halt so. Da gibt es ja noch andere Projekte. So, okay. Dann haben wir das durch. So, liebe Leute. So. Mit dem Level 65, äh 63 sind wir mittlerweile. Ach, wir sind durch. Die Kollegen da nicht viel zu melden. Aber wir gewinnen das Ding äußerst so ein Nieren Silberstone. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und dann geht's weiter mit dem, mit dem was Neuem. Wenn wir zum modernen European Ferrari F430 Challenge gehabt. Mit zwei Hälften aus Barcelona. Und Brands Hatch. Bis dann. Tschüss.